Herzlich Willkommen zu dieser heutigen Folge, wie du aus einem schlechten Tag einen guten machen kannst. Und seien wir ehrlich, wir kennen das glaube ich alle, dass es einfach Tage gibt, da möchten wir nicht aufstehen, wir kaum aus dem Bett kommen, keinen Bock haben uns irgendwie zu bewegen und uns einfach unter der Decke verkriechen möchten. Und meistens ist ja das auch so, dass man als Thesen in den Raum an den Tagen, in denen wir arbeiten, gehen müssen, sollen, dürfen, du kannst das gerne für dich aussuchen, wenn das Wort für dich am besten passt. Doch ich frage mich an dieser Stelle, ist, wenn der Tag so anfängt, alles wirklich verloren und es kann nicht besser werden, was wäre deine Antwort, was meinst du? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Podcast, in dem es darum geht, wie du vom Denken in die Umsetzung kommst, ohne aufzuschieben. Ich bin Luca Eschlemann, dein Entscheidungscoach und du findest alle meine Inhalte auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Spotify. Ich freue mich, dass du dabei bist und genieß die Folge. Meine Antwort darauf ist, es kann nur besser werden. Es kann an dieser Stelle nur bergauf gehen. Aber der Punkt ist nicht von alleine und schon gar nicht einfach so. Weil das, was ich meistens sehe, was bei den Menschen abläuft, ist, dass sie ihren Zustand von müde, keine Energie haben, schlecht gelaunt sein, weiter befeuern, indem sie das immer wiederholen in Gesprächen mit anderen Menschen. Da wird immer wieder gesagt, wie scheiße es einem geht und dass man womöglich noch kacke geschlafen hat. Damit hältst du diese Energie, diese tiefe Energie am Leben und fütterst sie damit. Also sie hat immer noch allen Grund, da zu sein. So und wie du nun da rauskommst, ist es simpel eigentlich und gleichzeitig aber auch schwer. Weil es erfordert einfach Training, Training, Training und das ist auch das, was ich mit meinen Klienten immer wieder sage und sie auch dabei anfeuern. Die meisten schaffen es alleine nicht, weil sie sich selber im Weg stehen und zu früh einfach wieder aufgeben. Du schaffst es nur daraus zu kommen, wenn du deine Muster durchbrichst und etwas tust, was deinem Verstand in dem Moment komisch oder möglicherweise auch falsch vorkommt. Meistens auch müssen wir an dieser Stelle eine Schamgrenze ein Stück weit auch überschreiten. Denn wir müssen aufhören, uns immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Und am besten gelingt das in der Regel, indem man einfach etwas tut mit aktiver Bewegung. Und ich verspreche dir, wenn du dich bewegst, tanzt, also ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wenn du im Büro sitzt, schlecht gelaunt bist, wenn du einfach aufstehst und anfängst, zu tanzen, verspreche ich dir, wirst du es nicht schaffen, nicht zu lachen und vielleicht deine Bürokollegen werden da gleich mitlachen und Betonung auf mitlachen und ihnen auch gerade einen schönen Tag bescheren. Denn wenn wir etwas tun, in Bewegung sind, etwas Unerwartendes machen, dann ist das automatisch mit einer gewissen Freude und Energie verbunden. Da geht es gar nicht anders, als die Schwingungen an dieser Stelle zu erhöhen und zu lachen. Und lachen, das hört man ja immer wieder, das soll ja gesund sein. Genau, also wir sind jetzt da raus aus dieser Energie und jetzt wollen wir wieder an den Schreibtisch sitzen und weitermachen und da kommt der nächste Step, der nicht ganz easy ist, denn unser Verstand liebt es, sich wieder auf die Geschichte, die wir uns vorhin erzählt haben und uns runtergezogen hat, uns immer wieder zu erzählen. Also jetzt gilt es darum, sich nicht immer wieder die Geschichte zu erzählen, die uns vorher runtergezogen hat. Wie gesagt, der Verstand ist echt gut darin und ich habe dazu auch schon in anderen Videos gesprochen. Genau, er ist einfach gut darin, uns immer wieder dieselben komischen Geschichten zu erzählen, die uns runterziehen. und das sind einfach oft diese eingesessenen Muster, sich auf diese Stories zu stürzen und die sind einfach schon sehr lange bei uns drin und auch dementsprechend hartnäckig zu durchbrechen und eigentlich auch nicht immer ganz einfach zu durchschauen. Was ich dann sehe bei den Menschen, die sich dieser Challenge gestellt haben und immer wieder drangeblieben sind und nicht aufgegeben haben, dass sie aus jedem Tag, egal wie sie aufgestanden sind, einen geilen Tag machen können. Klar, es gibt Tage, an denen man sich nicht so energievoll fühlt, wo man nicht dieselbe Pace hat wie an anderen Tagen, aber genau an solchen Tagen geht es auch darum, das Beste rauszumachen. Also auch liebevoll mit sich zu sein und sich nicht immer durchzuprügeln und geht noch mehr, geht noch mehr. Denn wir sind einfach keine Maschinen, wir sind Menschen und da ist jeder Tag ein neuer Tag, was ja auch etwas mega Schönes sein kann. Und wenn das etwas ist, was für dich spannend ist, freue ich mich riesig darüber, von dir zu hören. Du darfst mir auch gerne Fragen dazu stellen und auf mich zukommen und weitere wertvolle Inhalte findest du auf Facebook, Instagram, YouTube und Spotify. Lass auch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn du das auf YouTube siehst und auch auf Spotify darfst du mir gerne folgen, da würde ich mich sehr darüber freuen. Danke auch dir selbst, denn du hast diese wertvolle Zeit investiert, um dein Leben ein bisschen besser zu machen, um eine Lösung zu finden für etwas, das dir unangenehm ist. Und ja, danke dir fürs Zuhören, ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.